Herzlich Willkommen zurück hier zu Life is Strange. Ist sie hier? Nein natürlich nicht. Und was jetzt dieser Frank, dieser ich sag mal Drogendealer, mit dem Armband von Rachel zu tun hatte, würde mich auch brennend interessieren. Chloe ist wartet, um einen Weg zu gehen. Wir beide brauchen einen Zeitpunkt. Ich kann nicht glauben, dass du ihm meine Schraube gegeben hast. Hier geht's Frank. Du kannst mich nicht immer schmerzen, besonders für schade. Ich bin nicht schmerzen. Es ergibt sich in meinen Geist als die Leute, die mich zu lassen. Und ich habe einfach einen Schraube gehabt, Mann. Jetzt hast du mich, um dich zu schützen. Ich bin einfach glücklich, dass du hier bist. Ich auch, glaube ich. Chloe, warum du dich auf die Schraube gehst, wie Frank? Es ist wunderschön. Lass uns einen Pause nehmen und ich spreche. Es fühlt sich wie eine andere Welt, oder? Ich wünsche mir, dass wir immer noch bleiben können. Schon wieder die Vögel. Ja. 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 Du. Ja. Ja. Aha. Perfekt. Matt! Was ist das? Der Trenn? Oh shit! Was? Kann ich irgendwas tun? Kann ich irgendwas... Rain-Reds? Ja, ja. Eine Brechstange? Warum nicht? Äh, wir brechen den Fuß einfach, hacken ihn damit durch und retten Leben. Äh, nehmen. Ich kann definitiv diesen Schilf benutzen. Komm, Max! Entschuldigung, ich kann nur langsam gehen. Oh mein Gott, ich hänge hier fest. Es ist eine Hecke. Äh, ein Busch, ein Schilf. Ich hänge am Schilf. Tödliches Schilf. Bitte, komm mich aus hier! Findet was! Freue! Ja, ich hab doch was gefunden. Wieso kann ich es nicht benutzen? Max, du kannst nicht... Ich will nicht hier sterben! Nein, 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 du stirbst du nicht. Wieso kann ich die Brechstange nicht benutzen? Ich hab ne Brechstange. Wieso kann ich sie nicht benutzen? Wieso kann ich sie nicht benutzen? Kann ich hier irgendwas aushebeln? Kann ich hier irgendwo einbrechen? Kann ich irgendwo... Address I have... Äh, ich kanns nicht lesen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ja, Brechstange. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schubladen, Schubladen, Schubladen. Okay, wir machen den Schubladen auf. Oh mein Gott, der Zug. Ich kann ihn hören. Äh, Schraubendreher. Brauche ich sowas? Ich nehm sowas. Oh Gott! Ah, ich kann ihn doch hören! Ich bin so sorry! Ohohohohohohohohohohohohoho Okay, 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 okay. Wir gucken aber auch an die letzte Schublade. Wir müssen, wir müssen wonderful. In und aus, kein Problem. Der Train ist gekommen! Max, bitte! Du kannst nicht nur die Chloe aus wie ein Superhero. Geh! Max, geh mich raus! Ich kann es nicht mit dieser Probar? Für echt? Oh Gott! Ah! Schon wieder zurückspulen. Okay, wir machen das mit der Zange hier auf. Ne, öffnen. Sehr schön. Wir haben eine Zange. Äh, der rote Draht. Der rote. Es ist immer der rote. Ich wusste es. Ja! Ich habe es geschafft! 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 Ich habe das geschafft! Ich habe es geschafft! 4 Hochaufregung. Bedroht von einem Drogendealer. Fast ein Zugunfall. Das Twister, die aus Arcadia Bay rauskommt? Du bist großartig. Warte, Max. Du hast meine Leben zweit. Du hast die Körse meiner Destin, deinem und werben. Du kennst dich über Chaos-Teorie? Was du kennst dich über Chaos-Teorie, Frau? Ich liebe Math. 5 Jahre alt, Asswipe. Einige Leute verändern. Und deine Situation ist die perfekte Wärme für Quanten-Physik. Warum ich? Ich bin nur eine Geek-Gerl in einer kleinen Stadt. Ein perfekte Beispiel von strange Attractors. Sie lernen dir nichts an Blackwell? Wir haben ein Tornado, Rewind Power und Freak Snow. Hallo, Armageddon. Also, wir fahren mit deinem Kraft, Rockstar. Wie du gesagt hast, Professor Price. Ein Superheroer braucht ein Sidekick. Wie kann es so eine schütte Woche sein, und noch eine der Beste meiner Leben? Denn wir sind wieder in Aktion. Ich habe ein bisschen Zeit vor Mr. Jefferson's class, also, ich kann ein bisschen Wanderung machen. Also, ich muss noch mal ganz kurz hier unterbrechen, um was nachforschen. Normalerweise hört ihr mich immer noch. Das Bild steht kurz still. Ist aber kein Problem, wir sind sofort wieder zurück. So. Denn ich hatte das Gefühl, die Aufnahme wäre abgebrochen, ist sie aber zum Glück nicht, und wir haben das nur überprüft. Okay, Justin ist auch schon hier. Justin sieht immer stamm. Die kiffen alle hier, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich normal war, wäre ich super excited, um zu einem großen Schindig zu gehen. Woddex Club, Ende der Weltparty. Könnte ja zutreffen. Blackwell Swimming Pool, Donnerstag, 10.10.2013. Okay. That's it. Okay, die Karte kennen wir ja, die haben wir auch schon mal angeguckt. Ach nee, das ist eine andere Karte. Wie viele Studenten haben wir eigentlich all diese Scheiße gemacht? Deswegen hängt da eine Karte. Ich glaube, wir sollten alle diese Tage. Karten eine Gun zur Klasse, ist cool, doch. Blackwell Academy Verhaltensregeln auf den Flur. Nicht rennen, kein Geschrei, kein Schubsen, kein Graffiti. Und natürlich auch keine Waffen, aber das steht natürlich nicht drauf. Sollen wir mit dem reden? Wir reden mal mit Director Wells. Sir? Oh, hallo Max. Ich hoffe, das ist nicht über das allgemeinen Schäden-Inzidenz. Allgemein? Nathan hat eine Schäden. Hast du ihn noch mit ihm gesprochen? Ja, er ist tief in dieser Anrufe. Ich habe ihn nicht verraten. Once ich habe all die Facts, wir sprechen. Für den Momenten, fokussiere dich auf deine Schule. Ich kann nicht fokussieren, wenn ich Angst bin. Bitte nicht sagen. Es gibt nichts, dass du Angst hast bei Blackwell Academy. Unsere Head of Security ist überwacht eine neue Erachtung von Kampus-Sicherheit. Oh, ist er so eine Pfeife. Er ist so eine Pfeife. Das erzähle ich ihm jetzt aber immer nicht. Okay, das mit Nathan erzählen wir ihm trotzdem. Okay, also das Gespräch mit ihm macht irgendwie keinen Sinn. Er ist so blind. So ein Blindfisch. Das ist der Hammer. Hat die Verantwortung für viele junge Menschen hier und macht nichts. Naja, gut. Zachary always looks like he's ready to throw. Hello, Zach. What's up, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. Äh, warum soll ich es rum erzählen? Es ist ja eh vorbei, ne? I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama. Even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get it all. When she's hot, rich, talented. What more does she need? Anyway. See you at the game Friday, Max. Drama braucht sie. Nichts anderes. Nur Drama. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. These elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Mit Courtney haben wir noch gar nicht geredet, aber die Flyer kennen wir alle schon. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club Soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-Swoiree. You seem anti-Fashion though. A Vortex Club Party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Hmm. Wir versuchen das nochmal. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. Really? Oh. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed Thai fashion. Tell you what. I'll put you down on the guest list and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Okay. Was macht Samuel hier? Okay, nichts Interessantes für uns. Was geht ab? So, okay, mit denen haben wir nichts zu tun. Das vermissten Plakat ist immer noch dasselbe. Was haben wir hier für ein Poster? Okay. Gunfrey's Zone. Mhm, das kennen wir auch. David? Bäh. Nein. Nein. So ist Kate Marsh. What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Hmm. Okay, also, kann ich da jetzt auch nicht viel anderes dazu sagen. Von Warren eine Nachricht gekriegt. Ich bin im Sci-Fi-Labor jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bin gleich da. Okay. Okay. Ja. Das kann man aber tatsächlich nur hoffen. Das ist unser Spind normalerweise. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Okay. Hat sich auch nichts verändert. Even oder Evan. Okidoki. Was ist mit Kate? Du kannst mir nicht helfen. Ich versuche. Aber du musst meine Position verstehen. Warum? Du verstehst nicht meine. Niemand macht das. Niemand. Doch, ich. Stopp. Ich will dir doch nur helfen. Okay, wir reden mal mit Mr. Wie heißt der noch? Ich hab seinen Namen vergessen. Mr. Jefferson, genau. Entschuldigung, Max. Kannst du hierher kommen? Ja, klar. Du siehst mir Angst. Ist alles okay? Sorry, dass du dich beschäftigen. Mr. Jefferson. Ich bin nur interessiert, wenn du anstattest. Aber du kennst das. Also, was kann ich für dich machen, Max? Just between you and me? Ich bin mir Angst. Ich bin mir Angst. Kate Marsh. Das ist kein Geheimnis. Wird auf der Straße ist, dass du und Kate hatten ein bisschen Konfrontation mit unserer Security Chief gestern. Ich bin mir Angst. 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 Ich bin Angst. Ich gehöre hundreds. Wieso sind alle so ignorant? Das gibt es doch nicht. Stella, glaubst du mir? Ja, interessiert sich für sich selber. Ich kann ein Foto von ihr machen. Bisschen ungünstige Positionen, aber hacken. Okay. Nun gut. Oh, Nathan und Victoria hacken schon wieder was aus. Oh Gott, wie selbstverliebt kann man sein? Okay. Hey, ihr Pisschen ecken. Wie schaut's aus? Shh, ich denke... Better be quiet, Victoria. Wir haben ein Master Snitch und Lier hier. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max ist such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Assholes. Na gut, dann setzen wir uns. Ah, Kate. Okay, warum ist David taking photos of Kate? Now, this is so wrong. And weird. Ja, genauso wie die Bilder, die Samuel hatte von... Äh, wie hieß sie noch? Äh, Rachel. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein, ich kann aufstehen. Nein, auch nicht. Oh, was ist denn her? Maybe I'll see you later? The cover today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. What's your problem? Ich frage mich, wie ihr euch fühlen würdet. Okay, das sagt der Lehrer natürlich. Ich wundere, wie es fühlt, dass falsche Bilder von dir selbst haben, die alle über die Welt, um die Leute zu beurteilen. Normalerweise... Leute... ...neu... ...neu Smartphones in der Klasse, Max. Lass das weg. Goddammit. Ich wusste es. Die Leute brauchen etwas, um zu beurteilen. Okay, dann sprühen wir zurück. Damit er uns dabei nicht erwischt. Das Bild einfangen von Mark Jefferson. Also, they never take a good look at themselves. We can thank Reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. I guess Kate will miss class now. Speaking of participation... I'm worried about her. ...souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Let's... Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro-Skiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrasts. Although we don't technically see in Monaco. Some crazy shit is going down at the girls' door. Zack 3, do not come into my class like that ever again. Listen. Everybody remain seated. Dismissed. Okay, was passiert dort vorne? Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei, wenn wir herausfinden, was dort vorne passiert. Bis dahin, macht es gut. Ciao.